Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein geistvolles Getränk anzunehmen bei Meister Fornai in Duvatar an dieser Position. Weiss jetzt nicht, ob man für die Quest eine Forquest benötigt. Ich glaube bloß das Level vom Charakter ist entscheidend, bin mir aber nicht sicher. Also ihr könnt nachfragen unter diesem Video, was da die Forquest ist, aber ich kann euch schon sagen, ich persönlich kann euch keine hundertprozentige Antwort geben. Nun soll man intaktes Makvura-Auge sammeln für Stück und acht Kriecher-Secret. Ich weiß jetzt nicht, ob es die an Mervin Positionen in Duvatar gibt, aber ich zeige euch ein Beispielort. Nämlich hier an der Küste seht ihr diese Zwergverwandlungskriecher, die können die Kriecher-Secret troppen, beziehungsweise das Kriecher-Secret. Sind Stufe 6, weiß jetzt nicht, ob es auch 7 und 8 gibt. Hier ist ein Stufe 5 Mob. So und davon habe ich eins. Nun zeige ich euch noch die Makvura-Augen. Ich muss sagen, dass dieses Wicher-Secret ziemlich schlecht troppt, finde ich. Zumindest mit einem anderen Charakter, wo ich die Quest gemacht habe, ist es sauschlecht getroppt. Da muss man einige dafür töten. Und in diesem Gebiet sind auch diese Makvura-Klacker, die troppen das Makvura-Auge. Die troppen das wesentlich besser, finde ich. Also dieses Quest-Item. Und achtet immer da auf euren Atem. Ja, jetzt habe ich gesagt, die droppen ihre Quest-Items besser, aber gerade war es nicht so. Vielleicht ist das mit dem Charakter genau umgekehrt. Ich töte noch einen. Und wie ihr seht, unter Wasser gibt es Merv davon. Natürlich auch in die Richtung noch. Einfach danach Ausschau halten. Und jetzt will ich euch noch zeigen, dass diese Augen bei denen auch troppen. Falls ihr meinen Kanal ein bisschen supporten wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren und dort auf diesem Video einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Hier habt ihr es gesehen. Ein Auge ist getroppt. Ich werde nun weitere Quest-Items sammeln und mich wieder bei euch melden, sobald ich 7 von 8 und 2 von 4 oder sogar 4 von 4 habe. Bis gleich. Ich habe mittlerweile 4 Augen und 7 von 8 Kriechersekret. Die Mops, die diese Augen droppen, sind hier an der ganzen Küste verteilt und die sind wirklich verteilt, weil man findet bloß alle paar Meter einen. Also mal einen da, dann mal einer hier, dann mal einen da, dann ganz hinten. Wobei diese Krabben hier, oder Krebse, Krebse sind es glaube ich, die sind recht häufig vorhanden. Wäre auch noch cool, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert, während ihr meine Videos schaut, da ich ja nur die YouTube Werbeeinnahmen habe und keine Sponsoren oder sonstiges. Ich bin auch kein Blizzard Mitarbeiter. Ich zahle auch mein Account, also die 13 Euro im Monat oder halt günstiger, wenn man ein paar Monate zusammenkauft. Deshalb wäre es cool, wenn ihr ein bisschen mir hilft, beziehungsweise mir helft. Ja, der Tag ist lang, die Quest ist langweilig, da kommt meine Sprache noch mehr durcheinander als sonst. Jetzt habe ich mein achten, beziehungsweise mein achtes Quicher-Secret. Gleich bin ich schon beim achten, genau beim achten Abgrabempc bin ich. Gleich bin ich beim Abgrabempc und zwar jetzt. Quest ist abzugeben bei Meister Fovnal. In Duvatar an dieser Position. Hoffe, dass euch irgendwie dieses Video geholfen hat. Aizsoke, Ende.